Großes Spektakel auch in der Nähe des späteren Pokalsiegers. In Bremens Vorort Oberneuland zeigte der 22-jährige Mansur Faggiray, dass auch in der 4. Liga erstklassige Torhüter stehen. Oder soll man sagen, Elfmeterkiller? Ach, das war, glaube ich, Glück. Vier Dinger sind vorher. Oberneuland schlug Koblenz trotz Problemen mit der Rechtschreibung. Heute kann ich mit allem leben, also das ist kein Problem. Außer, dass mein Name falsch geschrieben ist, ist alles bei mir in Ordnung. Da wollte doch tatsächlich einer aus einem G ein Coup machen. Sie haben es überstanden.